so hallo leute heute gibt es mal ein brank an text trader er hat ja mal ein master full gebrankt mit dem spenden bringt und das werde ich heute auch mal machen ich hatte eben das schon gemacht aber da habe ich vergessen aufzunehmen deshalb werde ich jetzt wieder spenden und sehen wir werden sehen wie er darauf reagiert ich werde jetzt das auf tbi eingeben und dann geht es weiter so ist nur die letzten paar spiele richtig gut gespielt jetzt wird gleich der die spende kommen angeschlagen verletzt und so deswegen würde ich eher meine stimme mal schauen wir darauf reagiert das war wahrscheinlich zu viel herzchen haha Ich gebe meine Stimme für Bailey ab. So, sehr schön, wie er darauf reagiert. Ja, Leute, das war es mit dem Rank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.